Sam, wo ist die nächste Station? Ich weiß nicht, hatte ich das... Was passiert denn, wenn ich das auf 100 mache? Wie sieht das denn aus? Okay, viel mehr erkennt man hier drin auch nicht. Das liegt dann wohl weniger an der Helligkeit selbst. Was hatte ich hier? 70 oder so? Kontrast, ein bisschen... Jo, Gamma. Äh... So. Ich denke, das ist okay. Warte. Irgendwie ja. Ja, wir waren letztes Mal an so einer Art Busstation. Mal gucken. Ich glaube nicht, dass es sehr weit entfernt liegt von diesem Punkt. Guck mal, was ich dabei habe. Ich glaube, ein Nano-Gewehr... Nano-Gewehr? Warum habe ich das... Das ist ein Nano-Gewehr irgendwo dabei. Na, Plasma-Konone, Nano-Gewehr... Okay. Stimmt, ich glaube, wir wollten es austauschen. Da war irgendwas. Naja, kleine Änderung. Also, kleine Ankündigung. Ich werde etwas ändern. Und zwar habe ich die ersten fünf Folgen ein bisschen rumgetestet. Wegen den Folgenlängen. Und... Ende vom Lied ist, die Folgen werden kürzer... Wird schon aufgefallen sein, die Folgen werden kürzer. Die werden jetzt nicht mehr halbe Stunde und plus, die werden jetzt... Ich versuche, sie auf... Sagen wir mal... Ähm... Ich würde sagen, zwischen 20 und 25 Minuten zu halten. Das ist doch schon... Ja... Hm... Ich kann's... Also, gerade so ein Spiel, dass es... Dass man sich das nicht so lange angucken kann, das kann ich schon verstehen. Oh Gott, oh Gott. Uh! Deswegen... Ja, gut. Stimmt, da waren... Stimmt, hier waren wir genau. Und deswegen werden die etwas kürzer werden jetzt. 20 Minuten Minimum. Ich versuche, die so bei 20 bis 25 Minuten zu halten. Ich würde schon... Erstmal hier die Waffen durchgucken. Das ist neu. Okay. Das hier brauche ich auf... Das heißt, das brauche ich nicht wieder. Das hätte ich gern wieder. Und ich würde sagen... Ah, der Plasmawerfer ist halt echt nicht schlecht. Aber ich glaube, ich nehme das... Nein! Das... Oh, das Ding benutzen wir eigentlich nie. Wenn wir ehrlich sind. Hm. Wir haben hier noch das Magnet gewerbt. Das heißt, zur Not... Geht es immer noch. Das machen wir hier hin und... Dann noch das hier dorthin. Ich würde tatsächlich das hier hin machen. Damit wir auf der 5 immer das haben, was quasi am... Am wichtigsten da ist oder am... Ja, am nachhaltigsten. Ich überlege gerade ein richtiges Wort dafür zu finden. Das, was keine Munition verbraucht. Okay. Hier kann ich mir leider nichts leisten. 1000 Bar Schrott. Haben wir nicht. Ich würde gern da rüber. Aber ich glaube, das war das letzte Mal, wo ich schon... Ich auch gestorben bin. Was passiert, wenn ich jetzt da rüber springen will? Oder kann ich irgendwie hier eine Brücke bauen vielleicht? Das ist definitiv keine Brücke. Äh, wird schwer. Nicht das hier mal nach da hinten. Dass hier ein bisschen... Platz ist. Ähm... Das wollte ich. Das wollte ich. So. Hallo. Oh mein Gott. Sieht ja auch dann eigentlich hier die... Nee. Okay, das macht er nicht. Oh, hier fehlt noch was. Ich probiere nämlich da rüber zu springen. Vielleicht funktioniert's. Vielleicht nicht. Uh, was ist denn das hier? Uh. Keine Ahnung. Ich kann's nicht lesen. So. Boah. Ich hab Angst. Egal. Komm. Ah nee, Moment. Wir können ja nicht so weit rennen. Ich würde sagen, von hier aus. Ja. War doch gar nicht so schwer. Ich weiß nicht, wenn ich es getan hätte, würden wir hier nicht beginnen. Ich bin sorry. Ich bin sorry für alles. Du verdienst es besser. Ich schreibe die Fähigkeiten. Ich schreibe sie in der Morgen. Uh, ein bisschen... Oh Gott. Ein bisschen Zerstörung hier. Aber das Ding können wir doch als Rambock benutzen. Das macht... Wir machen den Weg frei, ne? Komm schon. Uh. Solange wir nicht wieder von den ganzen Gebäudeteilen erschlagen werden. Immer im letzten Teil. Das ist okay. Also. Neue Erweiterung. Das ist sehr gut. Jetzt warte ich kurz auf die Ausdauer. Warum kann ich hier eigentlich mehrere? Nee, das geht nicht. Und... Knappe Sache. Knapp war es trotzdem. Okay. Ähm... Schneller aufladen. Verbesserte... Kleinwaffen. Füll dich mit Energie. So sagt's. Sprengwaffen. Ich würde sagen, es gibt es nicht noch so. Ich gucke erst mal durch. Schockwelle. Nahkampf. Ja, Munition. Ah. Und zoomen lässt nach. Hm. Das ist natürlich... Auch sehr gut. Weil ich glaube... Zuerst mal... ... ... ... ... ... soll ich das hier... ... wählen. Jawoll. Speicher. Ich speichere jetzt mal... ... weil das das letzte mal nicht mit gespeichert hat. Da würde ich sagen... Moment, habe ich die... Ah, okay. Moment. So, alles eingestellt. Wo geht's denn hier lang? Hier hinten müssen wir runterspringen. Hier steht die ganze Zeit irgendwas, aber ich kann es nicht lesen. Was ist das Problem? Das ist ein... Warte mal. Ich muss mal ganz kurz hier was gucken. Das sieht ein bisschen merkwürdig gerade aus. Das hier... Mache ich mal hier hin. Der Kontrast mal so. Sieht das jetzt ein bisschen anders aus? Ein bisschen, aber... Ja, ist okay. Oh. Okay, jetzt weiß ich auch, was die mit Wackeln meinen. Den hätte man aus dem Weg. Da ist noch einer. Oh. Ey, ey, ey. Das sind ja ein paar. Ne. Wie viel Glück muss man haben. Wie viel Glück muss man haben? Würde ich sagen... löschen? Löschen wir die mal ein bisschen. Warte mal. Kann ich nicht einfach hier so durchschießen? Es geht theoretisch, aber dann darf ich nicht gegen den Felsen schießen Ich hörte das nicht so gesund Hier ist noch einer irgendwo Oh, das mit dem Wackeln, ich glaub... Hä, was macht denn der? Ich glaub, das kaufe ich als nächstes, weil das ist schon sehr nervig Komm, wo bist du? Oben, unten, links Weg Das, na super Und da steht, das Gebieträumen bedeutet es meistens, dass irgendwas Großes irgendwo steht Oder viele kleine, so wie hier die... Diese ganzen Nester und so Ich würde aber nochmal gerne da hoch, weil da gab's noch was Woher komm ich denn da hin? Na? Okay Einmal hier Boah, Schrott ist immer willkommen Ich glaub, das war das, ja Ich muss ganz nach unten Ich glaube... Ja, hier geht's... Hier gibt's ganz normale Treppen und sowas Können wir runtergehen Woll Hab ich hier getroffen jetzt? Ich glaube... Ja, ich bin mir nicht sicher, weil hier ist nichts mehr übrig Ich reparier hier lieber ein bisschen was, bevor ich hier noch Weiß nicht, ins Valhalla stürze oder so Na? Was soll denn das? Habt ihr jetzt zwei nicht ein Treffen oder so? Ich glaube nicht, weil irgendwie funktioniert meine Kanone gerade nicht richtig Ich glaube, wir sind gleich... Ja Okay Das war ein bisschen... Fail Komm, sag nicht, wir müssen ganz oben wieder anfangen bei der... Bei dem Automaten Och, nö Och, komm Das ist richtig... Das ist richtig dumm, einfach nur Ah, so ärgerlich Hier, great Ich tausche das sowieso aus, also Geh mir nicht auf den Sack Hm Das da drüben haben wir schon Allerdings, da hinten gibt's noch Gibt's noch eine So, wie war das jetzt? Das Das hier war hier Vielleicht sollte ich mal... Hm Aha Davon hab ich noch vier Ähm Ja, das ist glaube ich schon für mehrere Gegner ganz gut Jetzt nehme ich das Zeug von der Hände noch mit Das habe ich aber wieder nicht genug Um mir dieses Upgrade zu holen Jetzt kann ich aber auch nicht einfach Ähm Äh Das heißt, das Upgrade Was haben wir gekauft? Eben Schaden Haben wir jetzt nicht Das bedeutet, ich muss den später mitnehmen Seitdem, hier liegt noch irgendwas rum, was ich zerstören kann Ja Bringt das genug? Nein Ach komm Ich brauch nur ein bisschen Barschrott Ganz wenig Gib mir das Gib mir das Da ist was, da ist was Ja Gerade so tausend So Direkt Wieder Bingo Da müsste jetzt ja theoretisch der Flammenwerfer auch dazu zählen Wenn ich mich nicht irre Ey, 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 ey Achso, das ist ja das Ding Hätte ich ja fast vergessen Aber dafür haben wir das perfekte Werkzeug Die Nanoschmiede Ist ein Wunderwerk Ich glaube, ich habe leicht daneben geschossen Bin mir nicht so sicher gerade Hallo Super Was machen sie jetzt da? Macht's doch Spaß da unten Hm Nee Und Ich bin so gut wie tot Ich muss hier weg Ich muss hier weg Ja, ich weiß, dass ich das räumen muss Komm schon Regenerelle Gesundheit Ich bleibe jetzt einfach hier unten stehen Ja, leck mich doch Wie knapp war das denn bitte? Ich lösche einfach alles hier mit Nanitenfeuer Ist immer sehr hilfreich So sagt man Kann ich mich verarschen? Ich werde gleich ein bisschen reparieren müssen Geht das bis da? Ja, guck mal eine an Mehr habe ich leider nicht Wasserpumpen reparier ich sofort Beziehungsweise nicht sofort Aber gleich Ähm Ich muss hier erstmal ein bisschen Mich wieder ordnen Ich bin gerade ein paar Stockwerke nach unten gefallen Falls hier das keiner mitbekommen hat Das war's Ich gehe nochmal ein Stück nach oben Guck mal, was es hier noch so gibt Ich habe hier wenig runtergekracht Irgendwo Hier vorne Ah Ich wusste nicht, dass es so viel Schaden macht Autsch Gibt's sonst nix Nix leuchtet Nee Ja Und Ab dafür Oh Der Korporal Gibt's hinten irgendwas Oder haben die uns jetzt nur Ach, guck mal hier Wollten die mir hier weiß machen? Ja Geh mal schön weiter Passiert schon nix Ähm Geht's dir gut? Was haben wir denn? Oh, guck mal hier Raketenwerfer Voll deine Hochgeschwindigkeit Sprengsatz ab Besonders nix Bei schwer gepanzerten Zielen Werde doch gerade Zum Teufel Was ist Okay Irgendwas geht hier Ab Bisschen randalieren Bevor wir hier looten Beziehungsweise randalieren Um zu looten Im Endeffekt Das kann man alles wieder reparieren Hallo Okay Irgendwas Buggt da hinten rum Was ist das hier? MG Was ist das hier? Schrotflinde Weg damit Ich muss hier rein Guck mal hier Boah Ups Teilweise sitze ich hier Eine halbe Stunde Weißt du Und warte darauf Dass es vorbei ist Also gefühlt Wollen wir mal ganz kurz Was trinken Während so ne Während so ne Aufnahme abläuft Und dann geht die Nur 10 Sekunden Oder so Mensch 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 Da oben ist ne Waffe Das gucke ich mir Natürlich genau an Zwei sogar Das hier ist Keine Ahnung Ne MG Und das ist So was hier Wie ist das Ding? Plasma Gewehr? Kann ich das Ding Direkt Oh Okay Kaufen kann ich hier nix Ich kann hierbei schon sehen Was gibt's denn ganz am Ende Okay Nado schmiede mehr Energie Die Berserker Energie Die Berserker Energie wird so stark erhöht Dass du Energie Imbolse abgehst Ist Berserker aktiv Hast du unbegrenzte Munition Wer entzieht nun Gesundheit und überträgt diese auf dich Noch viel Gesamtgesundheit Okay Schauen wir mal Es scheint ja schon Ganz interessant zu werden Sam Was zum Töpfe I detect no flashing Are you all right? Corporal Corporal Can you read me? Bastian It's back to Bastian We discovered a new creature Say again I can't I can't see Turn back It's too late I'm unable to maintain contact Well they gotta be around here somewhere Okay Irgendwas läuft hier Autsch Ich hab das gesehen da oben Was ist das da Was da leuchtet? Achso Das sind nur Lichter Hey 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 Bleibst du mal hier bitte? Irgendwas versteckt das noch? Von dem ich wissen sollte? Große Muni Können wir immer gebrauchen Aber ich glaube jetzt ist Raketenwerfer und Co. voll Schauen wir mal Ah mein Arm juckt Huiuiui Huiui Oh ich würde sagen Ich probiere das mal Ja 22 Minuten ist okay Ich würde sagen Wir wenden hier mal die Folge Und Sehen uns das nächste Mal wieder bei Red Faction Armageddon Bis dahin